Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du die Kameralinse an der ESP32CAM austauschen kannst. Zunächst müssen wir die kleine graue Klappe einmal nach vorne klappen und können dann auch schon die Linse entfernen. Die neue Linse wird ebenso rum eingefügt in die Schnittstelle. Jedoch muss man darauf achten, dass das Filmbändchen da tief genug in dem Sockel drinnen sitzt. Das heißt, man müsste gegebenenfalls ein wenig nachdrücken und dann zum Schluss noch die kleine Klappe wieder verriegeln. Damit haben wir nun die Kameralinse an unserer ESP32CAM gewechselt.